Herzlich willkommen bei der Heideland Gutsverwaltung, einer der führenden Schweineaufzuchtanlagen Thüringens. Wir kombinieren hochwertige F1-Jungsauen und Durog-Eber aus bester Dazuchtgenetik, was unseren Kunden frohwüchsige und fleischbetonte Schweine garantiert. Die Eber werden im Betrieb durch unser eigenes Personal abgesamt. Das Rohsperma wird im Labor auf Qualität und Dichte untersucht, bevor es verdünnt und abgefüllt wird. Vier bis fünf Tage nach dem Absetzen erfolgt die Besamung der Sauen. Am 28. Trächtigkeitstag werden die Sauen in den Wartebereich umgestallt, wo sie bis kurz vor dem Abferkeln bleiben. Die Abferkelung erfolgt wöchentlich, danach bleiben die Ferkel 28 Tage bei der Sau. Beim Absetzen wiegen sie ungefähr 7 Kilo und werden anschließend in unsere Läuferaufzucht in Schöngleiner gebracht. Am Ende der Läuferaufzucht wiegen die Ferkel um die 28 Kilogramm. Ein Großteil von ihnen wird zur Weitermast verkauft. Selbstverständlich liefern wir auch frei Hof. Größereaufzucht.